So Leute, 15 Uhr, World of Warships Zeit! Und wir fahren mit Nasser mit neuer Tarnung. Gucken wir mal wie es läuft. Oh, Flugzeugträger, einer ist dabei. Haben wir Flugzeugträger oder haben wir keinen dabei? Wir haben keinen dabei. Schon wieder rennen, schon wieder bauen so was ist das? Immer in derselbe Scheiß und Kacke. Ich will... Mach doch mal in die Zoneneroberung oder, oder, oder... Aber eigentlich ist es scheißegal, weil... Egal was man für einen Modus spielt... Alle sind dann auf Aus, das genische Team zu versenken. Immer. Es ist scheißegal was man spielt, ja. Ich will... Dann wir... Nach dem Video werde ich mal... Da Anträge mit der Einigung machen. Mal defragmentieren. Vielleicht ist es da dann. Aber das habe ich ja eh letztes mal gemacht. Warte, keine Ahnung, wenn du das leckst, keine Ahnung, ich hab, ich weiß es nicht. Internet hab ich voll, ich hab volle, volle Striche, hab zwar, hab zwar WLAN, aber das war nicht das Problem. Warte, ich steh schon wieder. Es ist doch scheiße! Von zwölf Jahren! Alter, 15er! Ich versteh das nicht. Wir sind nicht so scheiße! Boic! Boic! Das war's. Das war's. Oh, der wird hart beschossen. Das war's. 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 So, es ist ein Louis, wie sieht es für der aus? Wollen wir hier mal kurz gucken? Das nächste ist die Miochi, die Miochi. Hä? 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 hab ich jetzt ich hab falsch gekauft, ich geh nämlich hier und ich geh zum ich geh zum 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 kreuzer ich wollte ein schlachtschiff haben da hat er Föder gemacht ich muss jetzt nicht zu der Kawachi gehen oder was bitte nicht bitte nicht ich hab nur eins von ihm scheiße ich geh jetzt hier aus das war himmlisch richtig oder nein warum geh ich denn überall zum kreuzer was mach ich denn was mach ich denn da bin ich da hab ich jetzt die da bin ich da hab ich jetzt die da sind die wickes kreuzer kreuzer was ist denn los, wie geh ich denn immer zu den schlachtschiffen doch hier kreuzer kreuzer ich hab die kreuzer verkauft oder die kreuzer ja verkauft die die hat die Falschiffe verkauft oh goooott oh goooott oh goooott boah goooott scheiße ich hab das verkauft scheiße na gut machen wir doch das gefecht aber zwar ich hab ein bisschen zeit in der in dem hafen verbracht aber warum gehen die schlachtschiffen die geer die kreuzer und zerstörer oder wollte ich wollte ich auch mal zerstörer gehen ich weiß es keine ahnung aber ich hab doch oder hab ich doch was aufgehört hab ich die Falschiffe einfach verkauft die keine ahnung oh Herrschaft wir spielen Herrschaft wir stehen in der Mitte wo fahr ich hin ich fahr auch das wir haben wir Gut. Ich nehme ein. Wer kommt mit? Ich nehme ein Geruch, das will ich dir was auch. Ich nehme ein Geruch. Ich nehme ein Geruch. Buh! 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 Krieg von Orle B. Sherman. Hier. Buh! Scheine Zechina. Buh! Buh! Okay. Oh, hi. Oh, oh. rankade- сколькоバ subjects here, okay, okay. Okay, okay, okay. Klar, das ist irgendwas, oder, oder, oder? Er hat mich rausgeschmissen. Er hat mich rausgeworfen. Fehler müssen.